Drei, zwei, eins, let's go! Brawler! Boah, ich auch! Legende! Das ist Legende. Ich sag jetzt Ansage, wenn du jetzt nochmal einen Brawler ziehst, werde ich meinen Brawl Stars Account löschen. Hey you Leute, CryMix hier, was geht ab, hier Paul Berger? Heute gibt es nochmal ein 100 Star Drops Opening Battle gegen Stadi, was geht ab? Oh mein Gott! Das ist ja heute der letzte Tag, Junge! Heute ist nämlich bei uns der letzte Tag, ich weiß noch nicht wann ihr das Video seht, aber heute ist auf jeden Fall der letzte Tag, wo man das Ganze machen kann und Stani, du siehst schon, ich hab dir einen Account vorbereitet, du hast gerade 358 Trophäen, ich hab 359 Trophäen, ich hab eine Trophäe mehr Leute, genauer hab ich es nicht hinbekommen, denn wir werden jetzt erstmal ein kleines Battle machen. Ihr wisst ja, man braucht 400 Trophäen, um sich diese gratis 100 Star Drops zu sichern und deswegen Stani, fordere ich dich mal wieder zu einem 1000 Euro Battle raus und jetzt gut aufgepasst, wer jetzt nämlich von uns zuerst die 400 Trophäen hat, der bekommt direkt einen Extrapunkt, das zählt quasi, wie als würde man einen extra Skin ziehen oder einen Brawler. Ja, sehr gut, ja. Das ist ein richtig fetter Vorteil, deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Runden rein, Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wir cranken jetzt auf 400 Trophäen, dann gibt's den Star Drop 3, 2, 1, let's go Stadi! Leute, außerdem läuft zur Zeit noch eine krasse Osteraktion im iCrimex.shop und zwar gibt es auf alles aktuell 10% mit dem Code iCrimex10. Checkt das Ganze auf jeden Fall mal aus, nur bis zum Ostermontag 23.59 Uhr und dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß mit dem Video. Also wer zuerst jetzt quasi 400 Trophäen hat, ne? Wer zuerst die 400 Trophäen jetzt voll macht, oh mein Gott. Ich bin direkt schon in der ersten Runde drin, ist auch hier ein neues Map heute. Bro, ich hab das gar nicht verstanden, ist das irgendwie, hat sich das wegen Tag oder so die Map verändert? Ich glaub, die Maps ändern sich einfach allgemein über längere Zeit. Ach so, ich dachte, weil wir vielleicht irgendwie mehr Trophäen haben, dass wir so in einer höheren Elo sind, weißt du? Dass wir vielleicht irgendwie stärker sind. Aber ich muss auch sagen, Leute, man merkt, also wir haben glaube ich am Anfang gegen Bots gespielt, muss man fairerweise, um Gottes Willen, ich kassier hier grad schon wieder so krass. Ich glaub, wirklich die ersten Runden haben wir gegen Bots gespielt, weil auf einmal, Bro, die Gegner sind so krank stark geworden. Boah, er macht sogar Emotes, während er gegen mich kämmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mich jagt einer. Bro, ich bin absolute Tryhard-Schwitzer-Runde drin. Oh mein Gott. Also ich sag, wir sind mittlerweile auch ja bei 400 Trophäen. Oh mein Gott, aber ich hab ihn fast down. Bam, oh mein Gott, nice, erster Kill. Also Bro, ich sag dir ehrlich, ich spiele mittlerweile auch echt ein bisschen defensiver. Ja, muss man auch, muss man auch, Digga, die sind so krass, die Leute hier. Oh mein Gott. Bro, die campen richtig, ihr habt da eine Camp richtig. Ja, die geben hier wirklich alles, die geben hier wirklich alles für den Win. Also es ist jetzt mittlerweile schon sehr schwer, man muss hier auf Taktik gehen. So, zack, zack. Also ich sag dir ehrlich, ich geh jetzt auch ein bisschen so auf Camping, Bro. Ich geh jetzt wirklich auf Camping. Ja, ich sag mal so, man bekommt ja für die Platzierung die Trophäen. Du musst ja nicht mal viel Kills, man. Du kannst ja auch fett Trophäen kriegen mit, keine Ahnung was. Wenn du, wenn du nur in den Busch gekämpft hast, aber dich niemand attackt hat. Oh mein Gott. Oh, sehr, oh, ich bin jetzt gerade schon Dritter auf jeden Fall. Alter, ich bin auch gerade Dritter, bin auch noch in der Round drin, aber die Runden gehen jetzt auch länger so, ne, weil die Leute mehr campen. Ja, 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 so ist das schon. Oh mein Gott, der hat da irgendwie sein Geschütz aufgestellt. Oh, Leute, Leute, Leute. Ja, aber gegen manche, also Nita, ich mag Nita, aber manchmal hat man einfach keine, ich hab auf jeden Fall nicht gewonnen. Hast du keinen Win geholt? Oh, Leute, das ist sehr wichtig für mich. Bist du Dritter geworden? Ich bin Dritter geworden. Oh, ich könnte jetzt hier punkten, wenn ich jetzt hier die Runde hole, aber es wird schwer. Es wird, oh nein, 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 nein. Oh mein Gott, dieses Geschütz. Bro, das Ding ist halt, man weiß einfach schon bei manchen Brawlern, wenn die im Endgame drin sind, und du nicht genug, äh, sie eingesammelt hast. Oh, ich hab gewonnen. Oh, okay, das stimmt. Die haben es gegenseitig fertig gemacht. Ja, okay, Stani, ich müde mich jetzt mal. Bis gleich. Ja, okay, tschüss. Oh mein Gott, Leute, okay, wir müssen jetzt vor, Stani, auf die 400 Trophäen kommen. Das war schon mal sehr, sehr gut. Wir gehen direkt wieder rein in die Round, Leute. Viele von euch haben mir übrigens auch in die Kommentare geschrieben, dass Spike so krass wäre, ja. Also viele haben mir empfohlen, ich soll mal Spike spielen. Den hab ich natürlich noch nicht, den müssen wir erst mal freischalten, Leute. Aktuell bin ich voll Nita. Ich zock eigentlich fast nur Nita, ich mag die voll. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, das war nix, das war nix. Man muss natürlich auch aufpassen, jetzt mittlerweile, wenn man hier früher stirbt und einen schlechten Platz macht. Oh mein Gott, da ist noch mal Nita. Wenn man jetzt mittlerweile einen schlechten Platz macht, dann verliert man ja sogar seine Kronen. Oh, nice, ich hab meine Ultimate ready, den Bär. Ich kann den Bären spawnen. Also wir müssen hier mittlerweile wirklich sehr, sehr auf Taktik spielen, Freunde. Und gucken, dass wir eine gute Platzierung machen. Guck nochmal, dass wir uns vielleicht hier irgendwie Power-Ups holen können. Okay, wir müssen aufpassen, wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Okay, fünf sind noch am Start. Das ist schon mal gut. Also selbst wenn wir jetzt rausfliegen würden, würden wir keine Trophäen verlieren. Und die Gegner werden ja immer stärker. Oh mein Gott, Showdown, Showdown. Letzter Gegner. Letzter Gegner, letzter Gegner. Und wir gehen auf Attack, wir gehen voll Attack. Oh mein Gott, macht die viel Schaden. Wenn wir jetzt wieder einen Win holen würden, Leute, dann hätten wir, glaube ich, so einen dicken Vorteil gegenüber Stani. Oh mein Gott, oh mein Gott, die macht mich fertig. Nein! Was? Nein, die hat mit 600 Leben, hat die es geschafft? Ey, nein. Zweiter Platz, Leute. Ganz knappes Ding hier. Ganz, ganz knappes Ding. Wie sieht es aus? Oh, nochmal einen kleinen Startrop hier auf zwischendurch. Kleiner Startrop hier zwischendurch. Zack, zack, zack. Aber keine Zeit verlieren. Oh, und zack, direkt wieder rein in die Runde. Ich habe jetzt gar nicht genau geschaut, wie viele Trophäen wir haben, Leute. Ich habe jetzt hier gar nicht genau geschaut. Oh mein Gott, er darf auf jeden Fall... Nein, nein, nein. Hier sind fette Tanks. Sehr, sehr krasse Tanks hier. Also ich denke mal, er wird es jetzt noch nicht haben. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, auf welcher Winstreak man gerade ist. Ich mache erst mal langsam. Ich halte mich hier erst mal bedeckt. So ein paar Shots wäre natürlich schon mal wichtig zu verteilen, damit unsere Ultimate aufgeladen... Oh mein Gott. Dankeschön, mein Kill. Bam, Double Kill. Oh mein Gott, wichtig. Meine Ultimate ist ready. Wir sammeln jetzt hier nochmal schön das Leben auf. Oh, das könnte eine sehr gute Runde werden. Das könnte eine sehr, sehr gute Runde werden. Wir müssen jetzt nur taktisch spielen. Wenn wir jetzt nochmal einen ersten Platz holen würden, dann wären wir schon sehr nah an den 400 Trophäen dran. Sehr, sehr nah. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh mein Gott, Win. Die haben es gegenseitig fertig gemacht. So, wir gucken mal, wie sieht es aus. Wie viele Trophäen haben wir? Oh, was? Nein, noch 10. Okay, Leute, mir fehlen noch 10 Trophäen. Noch eine gute Round. Dann war es das. Also, Stani, mir fehlen noch 10 Trophäen. Äh, ja, Bro. Ich weiß gar nicht, wie viele... Oh, Bro. Also, ich hatte zwei Wins und einmal Zweiter geworden. Bro, ich muss dir leider sagen, also, Bro, man merkt den Unterschied, wenn die nicht früh gelevelt ist. Also, das muss ich leider sagen. Dadurch hast du jetzt einen kleinen Vorteil, aber, Bro, also... Ich glaube, das wird ein Punkt für mich. Ja, ja, locker, locker. Oh mein Gott, sehr wichtig. Hier nochmal Kills gemacht. Also, man muss wirklich sagen, mittlerweile spielen wir hier gegen richtig krasse Spieler. So, okay, okay. Ich glaube, das könnte jetzt hier die Final Round werden. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh, diese M's. Diese M's ist auch absolut strong. Die ist auch wirklich absolut strong. Ey. Ich habe zwei Runden. Nein, nein, wie viele hast du? Wie viele hast du? 370, Bro. Das ist... Ich bin bei 399. Mir fehlt eine einzige. Oh mein Gott. Brauche ich gar nicht mehr weiter spielen, Bro. Das ist... Also, ich sage dir, nächstes Mal müssen wir das fair machen. Okay. Zwei Brawler maximal full. Das ist... Das muss man wirklich dazu sagen. Bei Stannis Account war Nita nicht full. Du hast 8000 Lebenspunkte, Bro. Mit wie viel startest du? Du hast 8000... Bro, ich starte mit 6400. Ja, okay. Okay, das stimmt. Das ist nicht schaffbar, Bro. Das ist leider... Hat Stanni hier einen kleinen Nachteil. Weißt du was? Wir machen's fair. Ich gebe mir... Ich gebe mir selbst gar keinen Extrapunkt. Wir machen's fair. Wir machen's fair. Ich hab nicht gewusst, dass das so einen Riesenunterschied ausmacht. Ich kann nix machen, Bro. Ich sterb die ganze Zeit. Alles gut. Alles gut. Gut, dann warte ich jetzt. Ich muss ja eh... Oh, nee. Ich muss ja eh auf 400 gehen. Du musst auf 400 gehen. Oh, Bro. Aber ich bin vorher... Das ist so ein Kampf, Leute. Ich bin schneller. Oh mein Gott. Ich wurde jetzt auch gerade nochmal gekillt. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Oh mein Gott. Aber wir haben genau eine Trophäe bekommen. Wir haben jetzt die 400 Trophäen ready, Leute. Und jetzt gucken wir mal in den Shop, Leute. Kriegen wir unsere Gratis-Star-Drops. Ja, da sind die 100 Gratis-Star-Drops. Geil, geil, geil. So, Leute. Stadni hat's jetzt auch geschafft. Du hast auch die 400 Trophäen erreicht. Endlich, Bro. Und ich würde sagen, schau jetzt mal in den Shop. Siehst du da deine 100 Gratis-Star-Drops? Oh, wir haben richtig viele. Ich hab richtig viele Start-Drops, Bro. Warte mal. Stimmt, da ist mir gar nicht aufgefallen. Wir können erst die 3, dann die 5 und dann machen wir die 100 auf. Ja, wollen wir jetzt erst die 3er machen, oder was? Machen wir erst die 3 jetzt hier. Zack, zack, zack. Episch. Ich hab direkt episch. Was hast du? Ich hab super... Episch, auch episch, oh mein Gott. Powerpoint strong. Hast du das schon aufgemacht? Nächster selten. Machen wir auch nochmal auf, hier. Nächster ist super selten, okay. Und der 3. ist wieder episch, den machen wir gleichzeitig. Mach deinen 3 auf. Ja, selten, Bro. Oh, oh, komm. Pack-Opening, was haben wir? Ach, Münzen, okay. Komm, dann machen wir jetzt die 5 Star-Drops. 5 Star-Drops, Bro. 5 Star-Drops, komm. Hau raus, das Ding. Direkt episch, direkt. Oh mein Gott, ich hab leider nur selten, Bro. Ja, ich mach auf, mal gucken. Komm hier, super selten. Aber wenn ich jetzt schon Brawler ziehe, zieh das auch schon, ne? Oh mein Gott, ich hab Mühe durch. Was? Ey, warte, ich hab episch. Lass gleichzeitig. Gleichzeitig. 3. 2. 1. Let's go. Ich hab nur Bling-Points gekriegt. Bro, ich hab ein Spieler-Icon bekommen. Oh, schade. Okay, und wir schauen rein, Leute. Ah, okay, Emote. Emote, Leute. Und super selten. So, was kriegen wir hier? Nochmal. Hä, wie viele kommen denn da? Ich dachte, es wären nur 5 Star-Drops. Oder waren das denn nur 5? Ich weiß gar nicht. Ja, das sind 5, 5, äh, Dings. Ganz, glaube ich, ja. Hä, oder bin ich jetzt gerade schon bei den 100? Weil das läuft ja einfach weiter. Ja, Bro, dann bin ich jetzt, geh jetzt in die 100 rein. Geh jetzt in die 100 rein, Bro. So selten. Hä, Bro, bei mir hat das Save die 100 automatisch gestartet. Das läuft ja immer weiter. Ich hab Save mehr als 5. Ja, okay, dann. Egal. Vielleicht hast du dir auch nicht, hast du aus Versehen auf die 100 geklickt. Vielleicht hab ich auch aus Versehen auf die 100 geklickt. Das stimmt. Aber okay, so. Komm, dann machen wir mal. Bei mir ist gerade absolute Katast. Wenigstens mal wieder super selten. Ich hab mal wieder Episch bekommen. Warte mal, bis ich Episch hab. Warte mal kurz, Bro. Nein, Episch ist möglich. Ja, okay, okay. Aber ich muss ja mythisch machen. Ja, okay, wir warten erst ab mythisch auf den anderen. Okay, ist fair. Ja, weil Episch, das ist ja nichts drin. Ich hab auch Episch. Ich hab auch Episch. Ich auch, ich auch, ich auch. Warte, ich auch. Drei, zwei, eins. Back Opening. Oh, war leider nur Münzen drin. Ich hab ein Brock Emote bekommen. Brock Emote. Leute, lasst jetzt hier schon mal ein Like und ein Abo da. Komm, wir machen. Oh, Legendeur. Nein. Okay, du musst warten. Du musst warten. Du musst warten. Ey, Bro, das ist so satisfying. Der ist direkt von selten auf Legendär übergesprungen. Ja, okay. Oh, mein Gott, Leute. Sieht das selten aus. Ich hoffe, dass ich vielleicht mythisch... Ich hab auch Legendär. Was? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So früh. Okay, bitte Brawler. So früh jetzt schon Legendär ist heftig, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen rein. Stani, drei, zwei, eins. Ah, los geht's. Let's go. Brawler. Boah, ich auch. Nein, Bro. Oh, mein Gott. Ich hab einen mythischen Brawler gekriegt. Was hast du? Was hast du? Ich hab legendären Brawler. Oh, Junge, Junge. Nein. Oh, mein Gott. Ich hab Ember gezogen, Bro. Alter, das ist krass. Ich hab einen mythischen Brawler und dachte, das wäre schon krass. Grey, den kannte ich gar nicht. Und einfach... Ich hab noch nie einen legendären Brawler gezogen. Legendärer Brawler, Mann. Alter. Holy Moly Macaroni. Ey, das ist krank, Leute. Das ist wirklich geisteskrank. Ey, das ist heftig. Das ist ultra heftig. Holy, das ist krass. Okay, Leute. Aber damit steht es trotzdem eins zu eins, weil es werden hier die Brawler gezählt, die wir zählen. Ey, Bro, aber legendär haben wir doch gesagt. Zählen drei Punkte oder nicht? Ich würd sagen, jeder Brawler zählt, weil man kriegt eh so wenig, oder? Bro, legendär Ember. Das ist krass. Also, das ist wirklich crazy, crazy, crazy. Alter, legendär. Heftiger. Okay, es geht weiter. Wir machen hier weiter super selten, nur nix, worüber man reden muss selten. Ja, ich hab auch grad nix. Muss man auch, muss man nicht drüber reden, Freunde. Oh! Bro, es flippt direkt auf mythisch. Ich bin wieder bei mythisch, Bro. Ich bin wieder bei mythisch. Ich bin bei episch gerade. Ich hab episch. Sollen wir gleichzeitig, oder soll ich dich noch warten lassen? Ja, mir egal. Sag du. Du sagst. Ja, komm, mach du mal auf. Mach mal, guck mal, ob du noch mal mythisch gibst. Okay, ich guck mal, was ich hab. Nee, ich hab, ist auf, ist auf, war Powerpunk. Okay, mach mal drei, vier, fünf auf und dann guck mal, ob du auf mein mythisch Level kommst. Oh, Leute, mythisch. Da lächelt mich doch schon wieder ein Brawler an. Ich merk doch, da ist ein Brawler dahinter. Oh, episch wieder, Bro. Schade, okay, okay. Ich geb dir noch zwei, drei Versuche. Dann mach ich hier auch weiter. Ja, Bro, also ich sag dir. Oh. Nee, super, selten nur, super, selten nur. Okay, ich mach jetzt meinen mythischen auf. In drei, zwei, eins. Und let's go. Was? Nein, es ist nur ein Skin. Bandit-Shelley. Bandit-Shelley, aber trotzdem nur ein Skin. Den hab ich auch schon gezogen, was? Leute, heute ganz, ganz wild. Wir haben direkt hier zum Start richtig krasse Sachen. Ich bin übelst gehypt, Leute. Selten. Okay, super, selten. Es geht weiter. Super, selten. So, aber man muss sagen. Bro, ey, ich hab den krassesten Brawler gezogen. Das ist wirklich krass. Ohne Spaß. Also, ich glaub auch bei mir, ich sag dir echt, ich glaub, bei mir kommt nichts mehr raus. Also, ich seh's grad hier. Das ist, der Glück ist weg. Das Glück ist weg. Warte, Bro, warte mal ab, warte mal ab. Nee, also, ich bin nur noch selten. Wirklich jetzt. Nach dem Brawler, ich hab schon so viele wieder. Nur selten, Bro, nur selten. Kommt aber grad auch, bei mir ist grad auch ein bisschen Pechdreh, ne? Aber nach dem Glück, was wir hatten, da darf man auch mal wieder eine kleine Pechdreh. Episch! Okay, ich bin wieder auf Episch. Alles gut. Ja, also, ich hab super selten. Bei mir ist alles gut, Leute. Drei, zwei, eins und wir öffnen! Oh, Bro, ich wollt grad so schreien. Ich dachte, da wär schon, schon wieder Episch, back to back. Komm, wir schauen wieder rein. Bro, wenn's so weitergeht, bin ich nicht durch, Alter. Ich krieg ja nur selten. Digga, du checkst nicht, was hier bei mir grad abgeht. Du checkst nicht, was bei mir grad abgeht, Bro. Oh. Bro, ich hab alle, glaub mir, dieser Amber, du checkst gar nicht, wie selten Amber ist. Der hat halt das Übel. Was? Okay, warte, warte auf mich, warte auf mich, Bro. Mütisch, mütisch, ich warte auf mich. Warte auf mich, ich glaub ich. Bro, das wird jetzt ganz, ganz übel für mich werden. Ich warte, warte, warte. Das wird echt übel. So, super selten, nur. Ey, Leute, mütisch. Ich brauch jetzt hier ein mütisch gegen mütisch-Duell. Episch leider nur. Warte, gib mir noch kurz, gib mir noch kurz. Gib mir noch kurz, mein Gefühl sagt mir, da kommt gleich ein mütischer. Gib mir noch kurz. Bro, ich glaube, ich hab irgendwie das Gefühl, dass ein heftiger Brawler noch mal drin ist. Das strahlt grad so ein Brawler-Kraft zu mir. Episch leider wieder nur. Die Brawler-Kraft, ey, das wird krank, das wird krank. Bro, die Brawler-Kraft geht grad in mir. Ja, vorbei. Okay, Bro, mach auf, mach auf, ich komm nicht hin. Bei mir ist es nur selten. Mach auf, mach auf. Was, bitte, bitte nicht, bitte nicht. Brawler! Nein! Bro. Nein. Ich hab das jetzt schon. Junge, ich hab einfach einen epischen Brawler gezogen. Nein. Einen epischen Bär. Nein, Alter. Stani hat jetzt einfach schon einen legendären und einen epischen Brawler. Einen epischen Brawler, Junge. Ey, das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Okay, ich muss hier. Also, ich sag, guck mal, das Krasse ist bei mir, muss ich ehrlich sagen, ich hab nicht viele krasse Star-Drops, aber wenn ich einen krassen Star-Drop hab, war immer was Krasse drin gewesen. Dann war übelst heftig. Bei mir ist hier episch, episch. Auch sieht schön aus, aber ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer. Oh mein Gott, okay, es geht weiter. Selten, es bleibt bei selten. Ich hab hier grad nochmal episch, Bro. Soll ich das schon aufmachen? Ja, episch kannst du aufmachen. Bei episch machen wir jetzt hier kein Ding draus, Leute. Bling waren eh nur Bling-Points drin, aber ich hab grad auch nichts Krasses hier. Ja, bei mir, ich hab schon lang keinen mütig mehr gesehen. Aber dieses Gefühl, wenn sich ein legendärer öffnet, das, Leute, das ist geisteskrank. Dieser kleine Rainbow-Effekt, der da kommt. Oh, das legendärer ist wirklich das Krasseste. Oh Gott, bei mir ist grad echt Katastrophe wieder, leider. Bei mir leider auch nur selten, super selten. Haut mich hier leider alles nicht vom Hocker. Episch, Freunde. Ich würde echt hoffen, dass da irgendwas rauskommt, aber Freunde, es kommt grad nur selten. Also, episch. Erster Klick episch. Oh, das ist sehr, sehr strong. Zweiter Klick episch. Es bleibt bei mir bei super selten. Es bleibt bei mir bei super selten. Bitte, bitte, bitte. Selten. Ey, das kam. Erster Klick episch und dann kein Upgrade mehr. Das gibt's doch nicht. Oh, ich bleib auch bei Episch. Direkt Episch und dann ist aber wieder nix mehr passiert, Freunde. Komm, wir schauen rein, wir schauen rein, wir schauen rein. Ey, komm, noch mal einmal sowas krasses jetzt, bitte. Nochmal einmal sowas. Du brauchst ja nur einen schlechten. Ich hab auch Episch gerade. Oh mein Gott. Ja, Stanni ist 2-1 vorne, Leute. Wir brauchen unbedingt noch einen Brawler, sonst ist hier wirklich Endstation für uns. Ich sag ehrlich, Leute, ich drück jetzt raus. Ich glaube, da kommt sogar ein Brawler raus. Ich hab wieder die Brawler-Kraft gerade. Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Du hast Glück. Neuer Skin nur, Bro, neuer Skin nur. Was hat Stanni aber auch heute für ein Glück, hä? Was ich für ein Glück habe, ich check's auch nicht. Also das ist wirklich komplett crazy. Bro, du hast schon 2 Skins und 2 Brawler gezogen. Ja. Das ist geisteskrank. Nein. Was hast du, was hast du, was hast du? Hä, was hast du? Ich hab legendär. Nein, nein. Ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Ich hab wieder legendär. Nein. Und ich sag dir, wenn da jetzt nochmal ein legendärer Brawler rauskommen sollte, dann ist es, dann sag ich dir ehrlich, ist es vorbei. Ja, jetzt einen kann ich noch aufholen, aber zwei werde ich nicht mehr aufholen. Okay, warte auf mich, ich komm jetzt, Bro. Also ich kann ja auch müh sein, ich kann ja auch müh sein, was rauskommt, aber... Wieder nur selten, selten, into selten, Leute. Das hat... Ach, wieder nur selten. Ey, gönn doch, bitte. Boah, legendär, Junge. Ich hatte jetzt schon... Also ich hatte einmal Mühe. Also ich sag dir, aber ich hab das Gefühl, in diesem legendären wird nochmal ein legendärer Brawler sein. Ey, Bro, wenn da jetzt nochmal ein Brawler drin ist, dann ist tschau für mich. Bitte, gönn. Ich krieg nur selten und super selten. Da geht grad gar nichts. Max, du musst jetzt Gummig geben, Bro. Ich krieg grad nicht mal episch, Leute. Checkt ihr das? Ja, Max, das tut weh, ich werde auf dich warten. Ich hab hier den legendären, der ist direkt vor mir. Ja, du musst auf mich warten. Du musst warten, wenn du den öffnest. Also du musst mindestens jetzt schon mit mythisch kontern oder es wird übel für dich werden. Ich muss hier... Ich brauch einen mythischen Konter, das stimmt. Minimum mythisch. Ich würde aber auch so gern nochmal so legendär sehen. Episch leider nur, MC Mode. Boah, sieht auch so schön gelb, schmackhaft aus. Das ist wirklich... Das legendäre Ding ist wirklich zu schmackhaft. Komm, gönn doch jetzt mal. Ist wieder nur selten. Ey, Bro, also, ey, wirklich. Leute, was hier gerade passiert, es ist leider cringe. Es ist leider cringe, was hier gerade passiert. Ist nur selten oder was selten? Super selten? Ja, nur selten. Oh, 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 das tut weh, Bro. Das tut weh. Super selten. Wieder nur super selten, Leute. Oh! Ja, also... Mach doch! Ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Ich warte jetzt noch drei, vier Stück ab, da mach ich mal auf, sag ich, wie es ist. Also... Ich würde ja... Ey, Mann! Du musst jetzt hier punkten. Drei. Ja, warte, lass mich noch zwei aufmachen. Noch zwei. Ja, mach noch zwei auf, weil ich will jetzt wissen, was drin ist. Ich muss wissen, was jetzt hier in meinem negativen Ding drin ist. Das letzte, wieder nur selten. Ey, Mann, nein. Okay. Okay, bist du ready? Ich bin ready, Bro. Drei, zwei, eins. Go! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, Leute. Hä? Was war drin? Oh, mein Gott, ich hab für Nita... Nein. Was hast du? Oh, mein Gott, Bro. Was hast du? Nita, Star Power, Hyper Bear. Wow, okay, okay, eine Star Power auch Strong und für Nita. Junge, der Bear ist jetzt 60% stärker. Nice, was? Wie crazy ist das? Okay, das ist krass. Also quasi ergreift 60%... Nein, nein, oh mein Gott. Und Nita ist ja sowieso einer unserer Main-Skins. Bro, ich hab neun Brawler! Was? Warum hast du nen Brawler jetzt nochmal? Außen epischen! Ey, nee, nee, nee. Ich hab drei Brawler jetzt. Ey, was passiert heute hier bei Stani? Rosa, aber du bist so ein normaler grüner Brawler. Ja, aber egal, es steht drei, eins. Du hast drei Brawler, hä? Alter, ist das crazy, Freunde. Selbst wenn ich meinen Punkt bekommen hätte, weil ich vor dir die 400 Trophäen erreicht hab, selbst dann wär ich hinten. Ja, ich geb dir den Punkt jetzt auch. Ich sag dir ehrlich, du wolltest den Programm, dann nimm ihn. Ja, okay, dann steht's jetzt drei zu zwei, Leute. Und ich hab nochmal episch. Ich hab nochmal episch. Ey, Bro, ich krieg nur noch selten. Bei mir ist nur grün alles. Hä? Ey, Leute, ich dreh hier wirklich langsam durch. Ich dreh hier wirklich langsam durch. Junge, wir hatten schon so viele aufgemacht und drei Brawler. Ey, das ist Geisteskrank. Das hatten wir noch nie gehabt. Es bleibt bei mir. Ich seh nur noch grün bei mir. Ja, Bro, du siehst, du bist auch grün. Danke, danke. Super, selten. Du bist grün, du bist grün, du bist grün, du bist grün. Danke, ich bin grün, du bist grün, du bist grün. Ja, so fühl ich mich auch. Legende! Oh mein Gott, der Effekt, Leute. Der Effekt ist wieder da. Okay, warte mal. Ich guck jetzt mal, dass ich hier vielleicht Blutbeschrank kriege. Ja. Ich weiß aber nicht, ich hab schon viel verballert, Bro. Ich weiß nicht. Ja. Okay, Leute. Ich glaub, ich bin eh ein bisschen vorderlich. Oh mein Gott, okay. Machen wir mütlich gegen Legendär? Mütlich? Wir machen mütlich gegen Legendär. Nein, 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 Bro. Wenn du jetzt deinen vierten Brawler ziehst, werde ich jetzt meinen Brawl Stars Account löschen. Ich sag jetzt Ansage. Wenn du jetzt nochmal einen Brawler ziehst, werde ich meinen Brawl Stars Account löschen. So, komm. Wir machen jetzt auf. Drei, zwei, eins. Let's go. Brawler! Ja, nein, es ist ein Skin. Oh, Mann, was ist das? Heizeren, Gold. Ich hatte nur ein Spiele-Icon, Bro. Mann, ey. Ja, das war, das war miese Zeit, Bro. Mann, ey. Oh, Bro. Direkt erster Tab, episch. Ich glaub, mein Glück ist wieder da. Mein Glück ist weg. Was? Was? Nein. Neuer Brawler. Neuer Brawler, Bro. Welchen? Aus episch, Bull. Aus episch rausgezogen. Oh, okay, okay, okay. Oh mein Gott, das heißt. Aber was ist ein Bullführend, obwohl es doch kein seltener Brawler? Ich weiß nicht, selten ist grün, aber egal, Brawler ist Brawler. Das heißt, es steht 3 zu 3, weil du hast mir grad den Punkt gegeben. Ja, es juckt mich nicht, weil ich werd noch ein Brawler ziehen. Ich sag dir sowieso. Ja, ich bin gespannt. Drei, drei, Leute. Sehr, sehr spannendes Battle heute. Sehr, sehr spannendes Battle. Aber bei mir ist grad halt nur, sag ich dir ehrlich, also grad ist bei mir Ebbe ein bisschen. Bei mir auch selten. Episch, episch. Also es muss doch mal legendär kommen, ich sag ehrlich. Aus episch kann was rauskommen, haben wir ja gerade gemerkt. Ich glaub, die Leute meinten ja auch, ab episch kann halt wirklich Brawler rauskommen. Ja. Nein. Ich hab noch einen epischen. Okay. Ich hab noch einen epischen. Ich bin mit meinen 100 durch, aber ich hab noch den 5er Star-Drop. Das heißt, meine letzten 5 bin ich jetzt, Bro. Ah, hast du doch noch. Okay, dann mach die jetzt mal auf, Bro, weil ich hab jetzt grad noch einen epischen. Oh mein Gott, ich hab auch Epic. Epic. Machen wir Epic gegen Epic Battle. Drei, zwei, eins. Go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich hab nochmal episch. Direkt back to back episch. Back to back episch. Ich hab nur super selten. Ah, Powerpoint. Aber jetzt hab ich nochmal episch. Back to back. Okay. Drei, zwei, eins und episch. Ah, Blinkpoints. Ich dacht schon, ich dacht schon, Bro. Ich dacht schon. Also jetzt bleibt bei mir Epic. Selten. Ich werd jetzt meinen letzten Star-Drop öffnen. Aktuell steht es 3 zu 3. Wird das hier unentschieden ausgehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Bro, du warst voll schnell mit den Star-Drops, Bro. Ich hab noch so viele. Nein, bei mir ist jetzt mein letzter Star-Drop und er ist selten. Da kann nix krasses mehr rauskommen. Oh Gott, ich hab hier nochmal einen epischen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hast du nochmal einen epischen? Leute, das ist gar nicht gut. Nein, 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 nein. Nein, sag nicht. Neuer Skin, du hast zum Glück, Bro. Oh mein Gott. Noch ein neuer Skin. Ey, was ging heute hier ab in dieser Episode? Was hab ich hier raus? Junge, ich sag dir, das ist hier... Also ich mach grad noch Star-Drops aus. Mach mal, aber weißt du, was ich mach? Ich kauf mir jetzt hier nochmal Juwelen, weil ich mach meinen Battle-Pass jetzt grad noch durch. Wie? Hast du den Battle-Pass noch nicht durch? Mein Battle-Pass ist hier noch nicht durch. Das mach ich jetzt schnell. Ah, okay, 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 so. Also ich hab hier jetzt noch Star-Drops, aber mir kommt grad nix mehr raus. Junge, nur selten gerade, nur selten gerade. Aber es steht 3 zu 3. Das dürfen wir eigentlich nicht so stehen lassen. Ja, aber das müssen wir im Duell machen, Bro. Das wird dann im Duell gehen. Du hast ja jetzt auch eine Folge upgradet, Anita. Dann gibt's keine Ausreden mehr. Ich kenne dich nur super selten gerade. Pass auf, was ich jetzt mach. Ey, Junge, wie schnell bist du durchgerusht? Ja, Bro, ich hab geklickt um mein Leben. Junge, der ist ja übel schnell, Junge. Ich bin hier immer noch am Star-Drops auf 5. Ey, Leute, wisst ihr was? Ich werd jetzt hier cheaten, weil im Battle-Pass hab ich doch so einen garantierten, legendären Star-Drop. Das werd ich jetzt Stani aber nicht sagen. Oh, also Stani, wie läuft's bei dir so? Ey, Bro, ich bin jetzt grad durch und ich werde jetzt... Das Krasse ist ja, ich hab ja für meinen Brawler, Anita, eine OP-Fähigkeit zugeschaltet. Nein, Stani, du glaubst nicht, was ich hab. Was denn? Ich hab nochmal einen legendären Star-Drop bekommen. Bro, laber. Doch, nochmal legendär. Das wird sich jetzt entscheiden. Es steht 3 zu 3. Wir öffnen das Ding. Was? Bro, was? Nein, es ist nur ein Skin. Es ist Wikinger-Bull. Oh mein Gott. Nein, Leute, der Prank ist nicht aufgegangen. Oh, Bro, ich wollt grad sagen. Ich wollt grad sagen. Stani, du hast so Glück gehabt. Du hast so Glück gehabt. Naja, okay. Gut, dann werden wir das jetzt wohl in einem Battle entscheiden müssen. So, wähl dir deinen Brawler aus, den du spielen willst. Ich nehm mal an, du wirst Nita spielen. Ich werd auch Nita spielen. Ja, ich werd Nita spielen. Ich hab den hier jetzt nochmal voll geupgradet, Bro. Du hast ja nicht mal alle Dings ausgegeben. Bro, aber du hast halt auch ne krasse Hyperladung gerade gekriegt. Aber komm, dann würde ich sagen... Ey, warum? Warte mal, warte mal. Kann ich nicht? Warte mal, warte mal, warte mal. Warum sollte ich jetzt nicht lieber Ember nehmen? Bro? Du kannst auch Ember nehmen. Dann musst du die aber voll upgraden jetzt noch. Bro, ich guck mal jetzt grad, wie ich die geupgradet kriege. Weil hier sind ja noch Coins. Ah, ich hab die jetzt nur geupgradet bis Level 7, ne? Aber ich frag mich halt, ob Ember... Weil Ember ist ja ein legendärer Brawler. Ob der nicht krasser ist? Äh, Bro, ja, weiß ich nicht. Musst du wissen. Also Ember... Ich mag Ember. Ich bin Ember gut. Warte mal, wann starten wir jetzt? Wann starten wir jetzt? Ah, war's, war's, war's? Okay, okay. Wir machen jetzt einfach, wer zuerst einen Win holt. Okay, wer zuerst einen Win holt. Okay, das ist crazy. Dann werd ich auf jeden Fall campen jetzt, ne? Bro, wer zuerst... Wer zuerst einen Win holt, wird jetzt hier den Extrapunkt bekommen. Oh mein Gott, Bro. Und somit das Battle gewinnen und somit die 1000... Ah, Bro, ich sag dir ehrlich... Also, ich weiß nicht, wie gut Ember ist, aber ich glaub, Ember ist schon... Boah, Bro, also... Boah, die ist ja übelseftig. Bam, erster Point, erster Point, erster Kill. Wie spielst du jetzt Ember, oder was? Ich spiel grad Ember. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro, Ember ist sehr, sehr stark. Ja, Ember ist schon ja zu Flammenwerfer. Ich mag die auch. Oh mein Gott, Bro, Ember ist wirklich strong. Bam, nächster Kill. Oh mein Gott, ich bin grad aber auch stark. Ich bin grad sehr, sehr stark unterwegs. Bin grad sehr, sehr strong unterwegs. Also, Ember ist wirklich strong. Ich bin gespannt, wer jetzt hier den ersten Win holt. Wer holt jetzt hier den ersten Win? So, dankeschön. Perfekt. Oh mein Gott, ich hab über 10.000 gegen Neue. Bro, ich bin auch in meiner Runde drinne. Ich bin auch noch in meiner Round. Ich bin dritt... Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da gibt's noch eine andere Nita. Und da ist nochmal so ein Ding. El Primo Boxer. Ich muss jetzt erstmal... Bro, ich muss jetzt erstmal warten hier. Der eine, der hab ich fast zweimal down gekriegt. Oh, ich sag dir ehrlich, ich glaub, Ember ist wirklich krank, wenn man die noch gemaxst hat. Boah! Leute, win! Win! Ja! Hey, warte, warte, warte. Oh mein Gott, ich hab win geholt. Ich hab win geholt. Bro, hallo, hallo. Ich bin doch in meiner Runde drinne. Chill, 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 bro. Ey, Leute, wenn ich dann jetzt nicht win holt, dann war's das. Dann war's das für uns. Ja, dann war's das. Nee, dann müssen wir weitermachen, dann müssen wir weitermachen, bro. Ja, also, wenn du auch ein win holst, dann machen wir weiter. Aber wenn du nicht ein win holst, dann hab ich gewonnen. Ja. Oh mein Gott, strong. Wie läuft's bei Standes? Wie viel bist du? Erzähl, wie viel bist du? Ich bin gerade dritter. Oh Gott, hier sind aber noch zwei Camper. Leute, er darf's nicht schaffen. Er darf's jetzt nicht schaffen. Mit Nahkampf? Nein. Nein, nein, nein. Ich muss jetzt hier wirklich auffassen, bro. Ich muss wirklich auffassen. Aber ich hab gleich noch meine... Es sind noch drei Leute, der eine campt gerade. Nein, Stani macht ernst, Leute. Stani macht ernst. Oder der eine ist one, der haut aber die ganze Zeit ab, Junge. Oh Gott, nee, ich glaube, ich gewinne nicht, bro. Ich sag's ehrlich. Ich glaube, ich gewinne nicht. Ja, Stani geht down, Leute. 1.000 Euro für uns. Oh Gott, das ist so ein spannender Kampf gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte geht down, bitte geht down, Stani. Bitte geht down. Ich muss Amber aufladen. Ich muss Amber aufladen. Okay, der hat full... Nee, ich glaube, ich verliere, Bro. Ja, geht down. Nein, der ist nur 664. Ich hab nie überlebt. Ich bin weiter geworden. Oh mein Gott, Leute. Nice. Der Extrafunk geht an uns. Und somit haben wir heute hier gewonnen. Junge. Super spannendes Battle, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr Brawl Stars. Checkt gern Stani aus. Bei dem nehmen wir auch noch eine Challenge auf. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer Crymax.